Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Dann werden schon bald unsere Kapazitäten gesprengt. Die Maßnahmen, die Verordnungen, die Regeln, die Pandemie, wann ist das alles endlich vorbei? Pluppern und flimmern, eine zweite Welle zu verhindern. So wenig Einschränkungen wie möglich. Objektiv bringt's was. Wie man in Österreich sagt, pluppern und flimmern. Ganz sicher keinen zweiten Lockdown. Also kommen Sie hier beim Anpassungen an. Danke, Herr Holtzbarn. Jetzt haben Sie mich nichts mehr ab, aber ich weiß gar nicht. Ich habe mich nicht mehr überhalten. Das ist eine kleine Esslung. Statt auf die Wärtschrankung, und dann kam sie zu uns. Das Wühlschrankmann. Vielen Dank.